So, hi und willkommen zurück zu... Vielleicht gibt's ne Party, die GigiEasy heißt? Gibt's eine? LOL! LOL! GigiEasy Ist bestimmt irgendein Fan dabei Bin mir zu mir sicher Ah, ist ein bisschen komisch geschrieben Komisch, meinst normal, hm? Nein, nicht so... In der speziellen Schreibweise Ja, stimmt Leute, XP hier im Tower Viel zu hart, meinst du? Ja, sieben Prozent und Amplis Ja, sieben Prozent und Amplis Ach ja, äh, by the way Ich wollte erst mal sagen, ich hab mir vorher grad G-Stuff gekauft Für, wie war's? 3 Millionen oder so 4 Millionen und dann Hiss-Stuff ebenfalls für 5 oder so Und man hält die für Schnäppchen Ne, ich sag jetzt generell mal für Leute, die zuschauen Und, ja Und, ja Bis gerade Level 65 Weil ich schon ein zum Beispiel mehr Geld hab Das heißt, wir schauen mal Oh mein Gott Loll Läu Läu Ich glaub Löffel nennt man sowas, ja Läu, wie schnell ist die Mops hier sterben Alter Ich raste hier gleich halb aus Oh, jetzt hilft mir die Hit-Rate, Alter Oh, heh Ja, ziemlich GG easy, würd ich mal sagen Also, lauf durch die Gegend, hau irgendwie AOEs in Menge rein Und die Mops fallen einfach so Irgendwie hab ich das Gefühl, dass hier kein Link an ist in der Scheiß-Party, Alter Also so ne Party muss eigentlich Link an sein In der Party ist aber kein Link an Vor allem bei der Lead-Krader 8Ks Oder Aufland Junge, wird erst mal gelieft So, ich fahrts irgendwie Die Party wird gejoint Gejoint? Boah, ich wollte unbedingt mehr Lauf-Speed oder so Ist richtig schlapp Verkauf dir Lauf-Speed Ist halt Heuer-Speed Aha, die kam ja damit Ich hab nicht mehr einen Stick dabei zum Waffen Ich hab nicht mehr einen Stick dabei zum Waffen Tch Supermative Egal, Yolo LOL Ich glaub, er lief grad irgendwie Link aus Oh, aber kein Schaden mehr Ja Ja Alles klar Was? 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 Ich hört Was? Das war die 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 Wie macht denn diese Wasserskill hier eigentlich? Warte mal, es gibt doch das Wasser, aber eh LOL Oh mein Gott 14k ohne Link T-Borgons, hast du schon T-Borgons? Nein, brauche ich, brauche ich, ganz dringend Wurde eingesammelt Boah, nice, danke Ich fahre mir gerade einen richtigen ab Merke ich Schon, oder? Bisschen Das ist eigentlich ziemlich unauffällig, wie du die anderen fahlst Okay, Level 68 fast Ich komme mal schnell zu dir Oh, hier in dieser anderen Part ist wieder Platz So, ich bin jetzt aber in meiner Das ist kein Link Das ist voll und hier ist Lenk Das ist voll und hier ist Lenk Komm schon zu dir Oh Oh Gott, Mann, die Schaden Ich brauche nicht Lenk Ich brauche nicht Lenk Na, wo bist du denn der Beste? Hör bitte kurz aufzukämpfen Oh, nice, danke Bam, bam, bam Was bringt das als Effekt Oh, 10% decreased Casting Time Nice Easy Etwas Das war's Ich 질문 Ich bin litres Ich würde mir hart beim HP-Foot anzuschauen. Oh fuck, die Drecksmobs hier. 101 HP. Nice. Gott, nein, ich bin down! Nein! Gleich können wir den ganzen Aufschluss hier laufen. Nein, Alter, wir sind doch nicht so der Support hier. Stimmt, ich finde deine. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob hier Link an ist oder nicht. Das ist echt schlecht zu sagen. Also in meiner ist Link an. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann kann ich schon gleich mal ein Stick machen. Ist geil, Monster los erstmal anklicken. Nicht Close Shop. Get buffed. Nice, jetzt habe ich diesen Crit-Selbst-Buff. Oh, nice. Oh, jetzt kette ich die. Und richtig geile Mist, Alter. Null Hit-Rater. Richtig geil. Leute, ich buffe gleich mal im Protakt. Ich glaube, das könnte helfen. Hat hier lang einen Effekt. Alter, Protakt ist immer richtig geil. Alles das, bloß 10. Ich die Viecher jetzt hier kaputt mache, Alter. Ja, komm, ich mal buffe. Komm mal Richtung Mutter. Na, ich bin gerade am töten Mutter. Oh Gott. Junge, die Viecher kritten aber auch. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Komm kurz in eine Richtung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das Schwert brennt, wie es brennt, Alter. Wo? Welches Schwert? Ach so. Hier. Warte, warte. Wie geht das? Du musst es einfach auf Game Options und da ganz rechts unten New Close. Und da dein Ding ausmachen. Boah, lol. Ah, ein bisschen Buggy. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob man hier ist. Scheiße, das ist ein Party-Buff. No, da gibt es mal. Fehl. Ist es ein Partnerplatz? Nein. Scheiße. Sorry. Ich werde behindern, dass es noch ein Party-Buff ist. Ich lebe den Fisch an uns aber auch schon ziemlich gut. Ja. Der war kurz. 13 hat er mal einen Schießen-Mod. Einfach generell mal die Mops an der Masse zu killen. An der Masse. Nein, stopp. Boah, warum ich mich sehr rauf mit Speed-Buff? Ja, ist echt so. Ganz dringend. Oh Gott. Boah, kannst du noch den Buff-Lightning-Storm? Äh, den ist gut. Ich habe keine Ahnung, welcher das war. Dieser... Kranke Mega-Lag-Skill da. Ach, der... Der Heal-Rain. Heal-Rain? Nein. Nicht ganz. Dieser Eder-Skill. Ah, mhm. Guck mal schauen, ob es sich gleich meine Aufnahme-Zimmer abkacken bringt. Ja, ziemlich witzig. Schon, oder? Ja, hab ich schon. Bei mir bist du immer noch Level 68. Ja, ich bin ich auch noch. Ah. Ich habe dich schon wieder fast eingeholt, Alter. Ja, aber ich hier die ganze Zeit nur Scheiße mag. Das mag ich. Oh Gott. Oh Gott. Puten. Ja, dachte ich mir gerade auch. Puten. 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 Puten, Alter, es kommt doch nur in Agro. Okay, zum Glück habe ich den Rollblock gerade. Easy. Gott. 1700 Grad. Put ist gleich alle. Ein Tank wäre ja was feines. Und D-Moll. Ja. Plus für Böder, Knall. Lauf nur 92 End. Läuft. Weil, da müsste keiner mehr schließen. Ja. Mach echt ziemlich gut Schaden, Alter. Hm. Kannst du nicht besperren eigentlich. Geht richtig gut fahren. Ja. 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 Wie eine Zitrone über dem Schnitzel. Nein. Jetzt bist du ein Bruder, Patrick. Äh, Tom. Junge. Ja. Ja. Habe ich so viele Gemeinsamkeiten mit Patrick, Alter. Äh. Ja, du zockst mit mir. Oh. Warte, wir zocken zusammen. Das ist die Gemeinsamkeit. Boah, ich liebe Ela einfach. Gibt keine geile Klasse. Und generell irgendwie so, äh, Playlosenleveln in MLP ist voll lame. Ey, das ist voll chillig, Alter. Du musst einfach nur klicken und der macht das. Ja. Ja. Das ist halt wieder Flive, Alter. Ey, das finde ich doch das geile an Flive, Alter. Ich glaub, das ist bei keinem MMO so chillig wie bei Flive-Leveln. Hm. Generell, wenn das ganze eine WoW-Spiel dann, äh, so mal erzählst, so ein Flive so macht. So Dungeons, oder so. Boah, die Dungeons, Alter. Oh nein. Nicht bei dich töten. Oh Gott, jetzt töten wir mit ab. Nice, ich hab noch keinen Poot auf der F-Leiste. Und jetzt schön, irgendwie, Duffel-Click. Okay. Ah. Ne, bei die Fische daran klicken. Okay, ich hab immer das. Oh Gott. Nein! Nein! Mist. Na gut. Legt mein Leech jetzt heute auf den Boden. Aber kann ich leben. Mhm. Leech ist unwichtig. Ich brauch kein Schwein. Ich glaub, ich geb bald B2. Ich glaub, ich brauch den Leech doch gleich. Weil ich mich mit bewegen muss. Bei ein bisschen Euro-Mobs. Mhm. Boah, und da bald noch Hillstuff. Aber Hillstuff halt einfach auch nix bringt. Na, es sind Mülleffekte nur leider. Irgendein Mob droppt hier mitzulad. Ich komm dann hinter welches das ist. Oh, Johnny. Wer ist euch grad für Musik, Alter? Das ist richtig komisch. Ich hör's live Musik. Nice. Oh Gott. Ganz nah groß hier. Wie lange läuft deine Aufnahme schon? Äh genau 15 Minuten. Ich würde nur noch schnell den Ae fertig machen. Und dann.. Bin ich. Ready to.. to go. Oder so. Oh Gott. Also wie auch so ne Rizondheim for life, irgendwie so diese YOLO-Klasse-Hit-and-Run-Ehler. Das gibt's ja einfach in keinem anderen, es gibt's generell in keinem anderen Game. Das ist einfach nur geil. Irgendwas auf mich. Okay, ich würd sagen, ich mache das Outro. Das Outro, okay. Wow! Bis dahin, tschüss. Wir uns übelst krass was zuschauen, weil es echt unglaublich ist, dass er zuschaut. Also Martin freut sich da super. Auf jeden Fall. Easy Bullshit-Laber. Ja, immer. Ja, dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bye! Ciao!